Je, es gibt was Neues von Steam Crave, naja so neu ist es eigentlich nicht, aber im Inneren sitzt ein DNA-100C und es gibt es zusammen in einer Combo mit dem Supreme V3. Das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Hi Leute, Dampferge Simi hier, heute mit einem Review zu dem Hadron Mini V3, jetzt hier in der Combo-Version, weil man kriegt das Akkuträgerleiden hier auch einzeln. Zusammen mit dem Supreme V3 ist das Ganze dann auch im Kit erhältlich. In dem Akkuträger hier sitzt der DNA-100C Chipsatz von Evolve drin und ja, ich glaube da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Es passen 21700er Akkus rein, natürlich mit Adapter auch die 18650er oder die 20700er. Und ja, der Supreme V3, ich glaube, da muss man auch nicht so viel zu sagen, ist ein sehr vielfältiges Gerät. Es gibt Wickeldecks für Mesh, Single, Dual Coil, also alles was irgendwie Draht ist und was glüht oder so, kann man da reinpacken. Ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Tisch, dann schauen wir uns mal an, was da so alles mitkommt. Das ist hier in so einem Kit wieder relativ viel Zeug und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und zum Geschmackstest. Also heute wieder dranbleiben. Spannend! Okay, first things first. Hier haben wir die Verpackung der Hadron Mini Combo von Steam Crave. Machen wir das Ganze mal auf, dann finden wir hier im Inneren unter diesem Schaumstoff. Ja, einmal den Mod selber, dann den Aromamizer Supreme V3. Wir haben hier noch so ganz viel Zubehör, ein Bubbleglas hier unten, packen wir es mal aus. Ja, zum einen haben wir natürlich den Aromamizer Supreme V3 im Paket mit drin, schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Zudem dazu bekommt ihr auch noch das Mesh Deck, mit dem ihr das Gerät dann auch mit Meshstreifen bestücken könnt. Alles mit dabei, was man braucht. Dann bekommt ihr nochmal einen Ersatztank mit, ein Bubbleglas und ein passender Adapter, um das Ganze einzubauen. Dann gibt es natürlich ganz viele U-Ringe und Ersatzschrauben, Dichtungen und hier ist auch noch ein Skunking Pin samt passenden Single Coil Deck mit dabei. Dann kriegt ihr nochmal einen Adapter für 8, 10 auf 5, 10er Drip-Tips, mit dem ihr auch die kleineren Drip-Tips verwenden könnt. Ihr bekommt zweimal die Schnürsenkelwatte, die auch zu dem Mesh Deck passt. Zwei Battery Sleeves, mit denen ihr die Isolierung von euren Akkus aneuern könnt. Dann natürlich die beiden Benutzeranleitungen, einmal für die Hadron und für den Aromamizer. Dieses praktische Multitool und ein qualitativ hochwertiges USB-C Ladekabel. Ich würde sagen, ziemlich viel Inhalt, ganz viel Zubehör, ganz viele Variationen. Das ist Steamcraft. Gut, fangen wir mal mit dem Hadron Mini an. Der ist schon ein bisschen gelitten. Im Inneren werkelt ein DNA 100C Chipsatz mit den bekannten Spezifikationen. Hier passen 21700er, 20700er oder auch 18650er mit Adapter rein. Wir haben eine maximale Verdampfergröße, die hier oben drauf passt, von 25 mm. Die stehen dann aber auch schon leicht hier über der Kante. Das Gerät hat eine Gesamtlänge von 96 mm, eine Breite von 26 mm und eine Tiefe von 40 mm und wiegt 108 g. Und der Aroma Miser Supreme V3 RTA hat eine Gesamtlänge mit Drip-Tip von 54 mm, einen Durchmesser von 25 mm. Und dann in den hier verbauten Glastank passen 5 mm Liquid rein und wenn ihr das Bubble-Glas verbaut, dann sogar 7 mm. Ja, starten wir nochmal wie immer mit dem Aroma Miser Supreme V3. Der sitzt hier oben ein 810er Trip-Tip. Da könnt ihr auch schon runtergucken auf das im Auslieferungszustand verbaute Wickeldeck. Wie immer ist hier in der Top Gap auch noch tief eingraviert, wie das Gerät heißt, falls man das auch mal als Reviewer vergisst. Auch dieses Gerät besitzt natürlich einen Topfüllen mit einem Bayonettverschluss, eine Vierteldrehung. Dann könnt ihr hier die Kappe abziehen und hier solltet ihr mit allen Flaschen befüllen können. Der Dichtring hier nach oben hin dichtet gut ab und kommt auch nochmal als Ersatzteil mit. Hier sehen wir dann auch den Bayonettverschluss. Da sitzt auch nochmal so ein kleiner Ohrring in der Mitte. Das heißt, falls ihr da mal irgendwie Undichtigkeiten habt oder so, hier auch nochmal schauen, ob der noch da ist und intakt. Und hier haben wir die Zähnchen, in die das Bayonett dann eingreift. Dann haben wir eine Liquid-Control, mit dem wir die Liquid-Zufuhr öffnen oder schließen können. Ist das Schloss hier unter dem Punkt geschlossen, dann ist diese auch geschlossen, sinnig. Und wenn ihr den Punkt hier auf das geöffnete Schloss befähigt, dann ist die Liquid-Zufuhr geöffnet. Man kann hier auch so ein bisschen reingucken, dann sieht man da auch im Inneren diese Öffnungen, die dann auf- oder zugehen. Ja, aber hier mit dem Punkt könnt ihr kontrollieren, wie da der Zustand ist und beim Befüllen kann man das natürlich dann auch schließen. Wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, ob man die Watte richtig verlegt hat. Ja, dann ist mit der V3 die Airflow-Control von der Seite nochmal ein bisschen angepasst worden. Wir haben immer noch hier eine Honeycomb Airflow und wir haben jetzt hier so ein paar mehr Optionen bekommen. Das wurde auch gemacht, um teilweise das Mesh-Deck, was dann da zu diesem Zeitpunkt rauskam, dann auch entsprechend mit Luft zu versorgen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, mit einem Schlitz hier nur eine Reihe aufzumachen. Oder hier im unteren Bereich mit zwei Schlitzen dann entsprechend mehr Löcher. Oder so wie jetzt hier gezeigt, halt die komplette Honeycomb zu öffnen. Und auch in diesen Bereichen ist das Ganze natürlich auch noch verstellbar. Auch da kann man nur teilweise das Ganze öffnen oder halt komplett. Damit hat man zumindest mal genug Variabilität, um hier den Zugwiderstand so anzupassen, dass er A zur Wicklung passt und natürlich B zu eurem Geschmack. Apropos Wicklung, wie bei den meisten Steam Crave-Geräten, haben wir hier im unteren Bereich so einen Teller, den wir abdrehen können. Und dort sitzt dann unser Slot in Wickeldeck. Das könnt ihr hier ganz einfach rausziehen. Im Auslieferungszustand ist hier dieses Single-Deck verbaut mit dieser schönen Curve hier für die Airflow. Die also auch von allen Seiten dann die Luft nochmal um die Wicklung leitet. Einmal von unten, dann von der Seite hier und natürlich von der anderen Seite kommt dann die Airflow, die sowieso in der Verdampferkammer offen ist. Schön gelöst, klassisches Zwei-Pfosten-Design, um die Wicklung einzubringen, von oben das Ganze mit Inbus festzuschrauben. Auf beiden Seiten haben wir hier unsere Wattetaschen mit großen Öffnungen nach unten. Da können wir ja gleich mal eine Wicklung draufpacken. Ich mag das Deck eigentlich sehr, weil es recht einfach zu wickeln ist und ein gutes Ergebnis liefert. Ja, wenn ihr das Bubble-Glas verbauen wollt, könnt ihr natürlich den Tank auch nochmal ein bisschen weiter auseinanderschrauben. Dann haben wir ja hier nochmal so eine Rennlung, da kann man das Ganze gut greifen. Dann könnt ihr diesen inneren Teil hier, diesen Adapter herausdrehen, den kürzeren hier wiederum reindrehen. Und dann habt ihr die Länge entsprechend passend für das Bubble-Glas angepasst. Dann können wir das Ganze hier wieder zusammenschrauben. Ja, das verändert natürlich die Optik des Verdampferes geringfügig, wem es gefällt. Gut, das ist mal als kurz ein Überblick noch über den Supreme Front 3. Dann schauen wir uns natürlich den Akkuträger nochmal kurz an. Dann, wie eben schon gesagt, hier passen Verdampfer mit einem Durchmesser von maximal 25 mm oben drauf. Man kann das hier so ein bisschen sehen, das hat ja der mitgelieferte Verdampfer ja auch. Er steht halt dann hier so ein bisschen leicht über diese Kurve über, nicht über das Gehäuse selber. Also da sind wir von der Tiefe hier in der Flucht. Aber so ein bisschen über diese Kurve haben wir hier einen leichten Überstand natürlich dann. Also wenn man es genau nimmt, maximal 24 mm, dann passt das Ganze so weit. Wir haben natürlich, weil hier ein DNA-Chip verbaut ist, eine gewisse Anordnung der Schalter. Das heißt, hier haben wir unseren Feuertaster. Wir haben hier unsere Plus, in der Mitte die Select und unsere Minustaste. Ja, und dann natürlich unser USB-C-Anschluss zum Laden und aber auch zum Konfigurieren. Man kann ja mit der Software eScribe dieses Gerät recht gut anpassen. Wurde mit dem DNA 100C eingeführt, das man dann noch USB-C zur Verfügung hat. Und ja, sollte inzwischen eigentlich Standard sein bei den meisten Akkuträgern. Aber hier jetzt auch bei Evolve muss man nicht mehr gucken, wie rum man den Stecker reinsteckt. Ja, dann haben wir im unteren Bereich nichts Spannendes. Hier sind zumindest mal auch Entgasungslöcher. Wobei, gerade bei Geräten, die einen Akkufachdeckel haben. Und das hat die Hedron ja hier auf der Seite. Wenn hier mal ein Überdruck entsteht, dann wird wahrscheinlich jeder Deckel nach außen abfallen. Und die Entgasungslöcher in der Regel nicht beansprucht. So stark sind die Magneten dann auch nicht. Die sitzen hier auf beiden Seiten und halten den Akkufachdeckel eigentlich recht solide. Kann ich auch gleich nochmal den Knack- und Wackeltest machen. Hier ist auch nochmal so eine Schutzfolie im inneren Bereich zur Isolierung verklebt. Und dann haben wir im inneren Bereich auch nochmal Plus und Minus, die uns zeigen, wie rum da der Akku rein gehört. Klassischerweise ja, da wo die Federung ist, sitzt in der Regel der Minuspol. Die Federung ist hier, ja, würde sagen, passt soweit. Können wir auch gleich nochmal auf den Tischhautest machen mit einem gelegten Akku. Hier passt ja ein 21-Montrader rein, ohne Adapter dann einlegen. Ist hier simpel, kurz drücken, dann sitzt der. Und wenn ich den hier so ein bisschen hin und her weckel, dann merke ich, wie der Akku sich so ganz leicht im Inneren bewegen kann. Das liegt aber gar nicht so am Anpassdruck, sondern an dem Spiel, den diese Feder da im unteren Bereich hat. Und wenn wir jetzt mal auf den Tisch schauen, Achtung, ich mache mal den Ton dann dafür aus. Dann seht ihr, dass auch hier der Kontakt nicht verloren geht. Also die Feder ist schon recht stark, Kontakt ist da. Und auch wenn ich hier rumwackel oder so, das ist halt nur, dass der Akku im Inneren so ein bisschen Spiel hat. Was haben wir sonst noch? Hier auf der Seite steht nochmal, wie das Gerät heißt. Wir sehen hier schon so einige Macken. Das liegt daran, weil ich das Gerät schon ungefähr seit zwei Monaten in Benutzung habe. Der ist ja auch schon mal so irgendwo gegen gedutscht. Die Lackierung ist immer noch bei Steamcraft nicht die beste. Das ist aber komischerweise nur bei den Akku-Trägern. Also bei den Verdampfern, wenn ich jetzt mal hier den Aroma-Meiser nehme oder so, die sind da gar nicht so empfindlich. Aber das, was die auf den Akku-Trägern teilweise benutzen, ist mehr so eine Beschichtung, sage ich mal. Und wenn man da so ein bisschen grober mit umgeht und das als Alltagsgerät nutzt, dann sehen die eigentlich relativ schnell shabby aus. Ja, ansonsten haben die aber hier bei der Verarbeitung nicht viel falsch gemacht. Das Ding ist im Inneren auch sauber verarbeitet. Und über den Chip brauche ich, glaube ich, nicht so viel erzählen. Wir können den jetzt mal eben kurz updaten. Dazu schließe ich den mal eben kurz an meinen Rechner an. Dafür habe ich mir bei der German DNA-Akku, einfach mal bei Google eingeben, German DNA-Akku, schon ein Settings-File gezogen. Das hat der DNA-Papst, wie er sich selbst nennt oder genannt wird, erstellt. Und da brauche ich jetzt nur auf Yes Install klicken. Der zeigt mir jetzt auch schon an, dass das Gerät am USB erkannt wurde. Dann gehe ich hier auf OK und dann installiert der automatisch das Settings-File von denen. So, dann ist er dann auch durch. Warum mache ich das? Warum bei einem Gerät was Neues, direkt ein Update drauf? Gerade bei Evolve gibt es halt Updates und es gibt viele Anstellmöglichkeiten. Und die meisten China-Hersteller verwenden halt das, was so ausgeliefert wird und machen keine Anpassungen. Und damit geht natürlich viel Potenzial bei DNA-Chips verloren. Und in diesem Fall macht es Sinn, da auch immer auf die aktuellste Version zu gehen. Die eScribe-Software findet ihr auch bei der German DNA-Akku, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr dann so ein Gerät neu habt, kann man hier natürlich auch dann die Updates direkt aus dem eScribe installieren. Einfach da draufklicken und sagen, OK, dann geht er halt hin und lädt die neueste Software runter und packt sie dann halt auch bei euch aufs Gerät drauf. Also eigentlich relativ einfach. Und ansonsten die ganzen Einstellungen, die möglich sind, kann man natürlich auch im Akkuträger teilweise machen. Aber hier in der Anwendung geht das natürlich wesentlich einfacher, die Profile einzurichten und so weiter. Und wenn man faul ist, kann man sich halt natürlich auch ein fertiges Settings-File ziehen und dann hat man da nicht so viel Arbeit mit. Gut, ich passe hier meistens nochmal den Theme an. Da gibt es ja diesen Theme-Designer. Und packe dann da nochmal ein Logo rein. Auch das ist, ja, ich würde sagen, teilweise selbsterklärend. Und zur Not kann man natürlich das auch komplett zurücksetzen oder auch Settings-Files vom Auslieferungszustand sich mal wegspeichern. Kann eigentlich nicht viel schief gehen. So, dann wäre ich für mich erstmal soweit fertig. Und würde sagen, Upload Settings to Device. Das Gerät zeigt dann währenddessen immer noch an, dass da die Settings hochgeladen werden. Und sobald er damit durch ist, wird er einmal kurz resetet. Und dann ist das Ganze auch schon wieder einsatzbereit. Gut, dann hier nochmal kurz der Ladetest. Ich packe hier mal mein Power-Ladegerät dran. Das fängt natürlich dann an, das Gerät zu laden. Beziehungsweise auch erstmal den Akku zu checken, welchen Zustand er ist. Wir können dann hier im Display auch immer sehen, wie viel Prozent er geladen hat. Das dauert einen Moment, bis er sich da eingepegelt hat. Und mit wie viel Ampere er lädt. Er zeigt mir jetzt hier 2,7 Ampere an. Und wenn ich dann hier so auf mein USB-Testgerät schaue, dann sehe ich auch hier 2,6 irgendwas Ampere. Also das stimmt ungefähr überein. Hätte ich aber bei eWolf auch nichts anderes erwartet. Gut, dann würde ich sagen, wir packen noch schnell eine Wicklung in den Supreme. Drehen wir mal die Schräubchen raus. Ja, dann noch eine schnelle Wicklung mit 0,60er Wabendraht auf 3,5 mm. Ungefähr 5 Windungen. Guckt halt bei der Breite der Wicklung, da sage ich schon ein bisschen an der Airfloor orientiert. Das war da die Wicklung auch in der Breite haben, wie die Airfloor dann die Wicklung auch entsprechend bestrahlt. Dann schrauben wir das Ganze hier mal fest und richten die Wicklung hier nochmal so ein bisschen aus. Können die wir natürlich auf der Wicklung einfach nochmal so ein bisschen durch die Gegend schieben. So ungefähr die gleichen Abstände auch zwischen den ganzen Windungen haben. So soll ja manchmal auch für den Geschmack geholfen haben. Ja und dann passt das erstmal soweit. Zum Abkneifen haben wir hier wirklich viel Platz. Hier gibt es ja nochmal dann diese Kerben, wo ihr dann so reingehen könnt. Also da haben wir keine Probleme, dass wir ja nicht kurz genug abschneiden können oder so. Und der Vollständigkeit halber nehmen wir das Ganze jetzt nochmal eben kurz aus. Damit mein Fingerschweiß ab ist. Und schnappen wir uns noch ein bisschen Moji-Water. Hier haben wir diese äußeren Dinger ab. Manche Schwöner darauf, die dran zu lassen. Weil die selber irgendwie nochmal saugfähiger als das Innere sein sollen. Können wir da schon mal so ein bisschen hier vorrollen. Und locker hier durchziehen. Das passt ungefähr von der Menge. Guckt halt immer, dass das da schön locker drin sitzt. Gut, dann schneiden wir hier beide Seiten ab. Ungefähr einen Zentimeter dran lassen. Und packen die Watte hier in die beiden Seitentaschen. Die haben eine gute Führung, also sind relativ tief. Das heißt, die Watte sitzt da eigentlich relativ gut drin. Ich habe also hier genug Platz, um, sag ich mal, die Watte zu verlegen. Und zum Schluss gehe ich mal jetzt nochmal hin. Und gucke, dass die Watte hier nicht so raussteht, sondern drücke die so ein Stückchen zurück. Man kann auch einfach hier drunter gehen und kann die einfach nochmal so ein Stückchen anheben. Dann seid ihr da auf der sicheren Seite, dass da die Liquid-Kanäle auch offen sind. Und ihr nicht zu viel und nicht zu wenig Nachfluss habt. Gut, dann machen wir die natürlich nochmal nass. Ich befeuchte die hier schon mal vorsichtig. Und versorge das Ganze mit Liquid. Ja, und dann als letztes kontrolliert natürlich nochmal, ob hier auch die Airflow frei ist. Also, dass da keine Fizzelchen oder so in die Airflow-Löcher reinragen. Und dann ist das Ganze erstmal soweit gesetzt und fertig. Gut, beim Einsetzen des Decks müsst ihr darauf achten, dass wir so Aussparungen haben. Das heißt, wenn das da rein sitzt, dass das da auch wirklich drin sitzt. Das finde ich teilweise immer noch mal so ein bisschen fummelig, das hier entsprechend auszurichten. Aber, ja, vielleicht ändern sie das irgendwann mal in Zukunft. Und dann würden wahrscheinlich aber diese ganzen Decks, die es da gibt, nicht mehr passen. Hier passen ja auch noch die von der V2 rein. Von daher, ja, ist okay. Gut, dann machen wir noch das Deckel schon drauf. Wenn ihr das hier nicht richtig zusammenschrauben könnt, dann liegt es meistens daran, dass das Deck nicht richtig drin sitzt. Gut, packen wir das Ganze mal zusammen. Ja, und als letztes müssen wir das Ganze natürlich noch befüllen. Einmal Flasche dran und gib ihn. 7ml sollen jetzt hier reinpassen. Ich würde sagen, ausreichend. Gut, und dann sind wir soweit erstmal durch hier unten in der Detailansicht. Und ich würde sagen, wir gehen wieder nach oben und kommen so langsam zum Fazit. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ihr habt gesehen, der Akkuträger ist eigentlich recht solide verarbeitet. Man macht nicht so viel falsch, wenn da ein DNA-Chip drin ist. Die Nachteile bei dem Akkuträger sehe ich im Lack. Ich habe es ja immer in der Detailansicht schon gezeigt. Ich habe ja schon so ein paar Macken. Liegt es aber auch an mir. Ich bin da nicht gerade sorgfältig mit umgegangen. Aber es liegt auch so ein bisschen am Lack. Also, das habe ich immer wieder bei Steam-Clave-Geräten, dass die Lackierung da, ich weiß nicht warum, nicht so gut hält wie bei manchen anderen Herstellern. Ansonsten ist das Gehäuse solide verarbeitet. Der Deckel hält hier gut und ist auch nicht bewegbar. Man merkt so ein bisschen, wenn man das schüttelt. Und das macht man ja eigentlich auch gar nicht. Aber wenn man das macht, dass der Akku da sich im Inneren so ein bisschen nach links und rechts bewegen kann. Da könnt ihr aber auch, da kommen ja so Sleeves mit, also womit man Akkus ummanteln kann. Da könnt ihr einfach einen von diesen Sleeves so hinter oder neben den Akkus so ein bisschen mit reinpacken. Dann ist das Wackeln auch weg. Ansonsten beim Tischklopftest. Kontakt ist da, bleibt da. Der Andruck oder Anpressdruck ist stark genug. Auch wenn man mal voller Wut das Ding auf den Tisch haut, weiterhin das an ist und sich nicht ausschaltet. Weiteres Manko. Wenn ich schon 25 mm Verdampfer mit Auslieferer, dann sollte der nicht überstehen. Und ich weiß, da draußen gibt es so einige Monks. Ich bin da gar nicht so schlimm. Ich habe auch schon mal so diese Leuchtturm-Geschichte gemacht. Großer Verdampfer, kleiner Akkuträger. Aber so ein bisschen steht der halt da über. Und ich weiß, da draußen gibt es Leute, die das nicht mögen. Sollte man vielleicht auch wissen. Bis 24 mm ist eigentlich alles noch so gut. Und ab 25 hat man da so einen leichten Überstand. Und weil das hier halt so abgekurvt ist. Über den Verdampfer will ich auch gar nicht mehr so viel erzählen. Den habe ich glaube ich jetzt schon in einigen Reviews immer wieder mitgewickelt und so. Der ist halt sehr vielfältig. Weil es gibt halt ganz viele Wickeldecks dafür. Und wenn ihr auf Mesh steht, dann könnt ihr das Mesh-Deck reinpacken. Wenn ihr Single Coil mögt, dann packt das Single Coil. Und wenn Duol Coil, das Duol Coil Deck. Und wenn ihr es kommen wollt. Wenn ihr das als Tröpfler, was auch immer. Also man kann mit diesem Gerät eigentlich fast alles, was irgendwie möglich ist, machen. Man muss aber auch Spaß daran haben. Also es ist schon ein bisschen fummelig. Ich weiß, dass einige beim Wickeln immer mit Nachflussproblemen haben. Entweder zu viel. Das heißt, der Tank läuft einfach mal kurz aus leer. Oder es fängt an zu kokeln. Da muss man sich so ein bisschen einspielen. Aber kokeln. Dann spielt mal so ein bisschen mit Replay. Dann habt ihr das Problem nicht mehr. Sondern habt dann die Möglichkeit, damit kokelfrei zu dampen. Ich kann es jetzt hier mal machen. So, dann gehe ich jetzt hier auf Zug speichern. Save Puff. Da gibt es auch einen bekannten Song zu. Und bin jetzt mit Replay unterwegs. Und selbst wenn jetzt mal der Nachfluss irgendwann gleich nicht mehr stimmen sollte, dann passiert nichts. Und das ist doch schön. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich nicht oder doch? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ich habe ja, das Video wird sonst wieder viel zu lang. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann packt sie doch gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, macht gerne auch einen Daumen hoch. Und ansonsten, so wie immer, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Dampfen. Viel Erfolg beim Umstieg. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Eure Dampfwöcker. Eure Dampfwöcker. Eure Dampfwöcker. Rikki-dikki-dikki-da, rikki-dikki.